Moment, ich muss mal kurz landen, ich will mal auf die Karte gucken. Wow, landen, 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 so. Also, wir könnten theoretisch weiter nach Westen zu der Straßenkreuzung fliegen, dort landen. Dann haben wir nämlich Sichtschutz durch die kleinen Wäldchen dort. Und wir können uns durch die beiden Wäldchen Richtung Hügel schlagen. Und Tonidon wegholen von dort. Die werden da schon weggegangen sein. Langsam. Weißt du was? Südlich von Cabanino ist ein Berg. Lass uns doch mal hochgehen. Ja, okay. Wir steigen jetzt hier aus. Wo sind die Map? Map, 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 Map. Welchen soll ich noch aus der Map raus? Warte, ich bin heute, jetzt bin ich hier raus. Wo sind wir? 300 Meter von hier. Hier lang. Ja, da oben ist ja schon der Hügel. Genau, von da aus gucken wir mal, ob wir Toni oder so finden. Nee, ist zu weit weg. Ja, wer weiß, wo die jetzt sind, ne? Hast du abgeschlossen? Ja. Ich hab's natürlich die falsche Waffe dabei, ne? PKP ist nicht so gut zum Snipern. Ach übrigens, sie sind alle nicht mehr da. Also bei den Ösis weiß ich nicht, aber die anderen sind nicht mehr da. Schade, ich hab Toni schon gerne umgebracht. Toni wahrscheinlich auch. Ja. Boah, das sind 900 Meter von hier bis zur Mission. Hey, hey, hey. Joa. Aha. Uns sind so viel zu viele Hügel und ein sonstiges im Weg. Warum hab ich hier nur 12 FPS, wenn ich aufs Feld gucke? Das sind Threads. Du nimmst dir Threads auf? Ich dachte, nimmst du so ein Shadow-Up-Dings. Ein Shadow-Up-Dings funktioniert heute nicht aus irgendeinem Grund. Manchmal geht's einfach nicht. Oh, okay. Und ich hab immer noch eine Ersatzkarte drin, die Shadow-Play nicht bewältigt. Äh, komm, es hat von hier keinen Zweck. Naja, wenn die jetzt weg sind, wenn Moritz uns jetzt nicht verarscht, dann können wir ja doch mal hingehen. Also ich bin mir nicht ganz sicher bei den Ösis, aber der Rest ist an der Base von ihnen. Und die Ösis sind, glaub ich, auch weggefahren. Wie viele sind das denn? Der ganze ist, äh, zwei, der... Andi, also der Sturmmann und Daniel, der Große. Ja, warum haben sie die Mission denn jetzt nicht abgeschlossen? Weiß ich nicht, vielleicht sitzen die da auch noch, aber ich glaub nicht. Ich bin jetzt nicht mehr in dem Threads drüben. Das ist ein Haufen, ey. Oh, fuck, ich seh den Hügel ja schon von hier, wo Toni drauf saß. Oh, ja, komm her, Zombie. Zeig allen, wo ich bin. Fröhliche Aufnahme noch, ich bin weg. Tschüss. Alles klar, schlaf, ruf. Ich seh Donnys Leiche von hier. Es. Ich bin gleich übrigens wieder tot, ne? Warum? Weil hier alles voller Botze ist, alter. Ich seh keine Botze auf dem Hügel. Ich seh nur deine Leiche, die liegt da relativ alleine. Ach, fick dich doch. Direkt von Carbonino, vorm Hügel. What? Da sind wir. Jetzt machen wir keine Angst, Mann. Ich bin hier gerade über den Hügel drüber. Scanlon, wo bist du? Ich bin noch 500 Meter entfernt. Von? Von der Mission. Okay, ich bin noch 600 Meter. Ich bin 526 Meter entfernt. Nein, direkt von Carbonino aus. An der Mission, der Hügel da. Meinst du, der Hügel, wo was draufsteht? Veresnik oder was? Also ich seh schon mal, da ist ein Fahrrad, was da liegt. Das könnte das von Donny sein. Und da seh ich, glaub ich, auch ne Leiche. Lebi fragt, ob er helfen kann. Hey. War da grad bei der Angreifertruppe. Ah, da unten läuft einer. Ähm. Läuft der links? Nee, nee, der geht wieder. Das bist du nicht. Du hörst es nicht auf zu laufen, oder? Hast du ihn erwischt? Nee, das ist ganz schlecht zu sehen. Das ist so neblig da hinten. Ich bin noch zu weit entfernt. Ja, das sind... Ist das Bots da unten? Scheißegal, ich schieße einfach drauf. Nee, egal, wer das ist. Das ist alles voller Bots da unten, also. Ja, das sind Bots. Wow. Ich bin tot. Aber die kamen nicht von der Mission, der Schuss. Der kamen, der war viel zu hoch angesetzt. Okay, einen habe ich jetzt. Nach, glaube ich, 20 oder 30 Schuss. So, da wollen wir mal. Anradle ich da jetzt mal mit dem Rad hin. Hol mir meine Leiche. Ich war doch hier in der Nähe bei Cabanino-Schüsse. Das war ja gerade ich mit der PKP. Das war ich jetzt auch wieder. Okay. Hier sind überall Zombies, leider. Ich versuche jetzt mal, um den Hügel ein bisschen rumzufahren, weil... Von welcher Seite aus Cabanino? Rechts oder links vom Berg? Wo war meine Leiche? Also, ich bin auf dem Hügel südlich von Cabanino. So, etwas größerer Hügel. Und von dort aus... ...sehe ich, äh, deine Leiche. Ja, mehr rechts oder mehr links am Berg? Moment, ich muss gerade mal hier Bots beschießen. Äh, du? Weiß ich nicht. Ähm, rechts vom Berg. Du müsstest mich doch jetzt einfach nicht mit dem Fahrrad sehen hier, oder? Ah, weiß ich nicht. Ich gucke gerade Richtung Mission. Ich habe schon wieder rote Kette. So, Mission... Hier müsste ich liegen. Aber da sind wir gelaufen. Nee, müsste irgendwo hier liegen. Zack. Vielleicht doch irgendwo hier. Ach, ey, komm. Danke. Boah, alles voller Bots, Alter. Leck mich am Arsch. So, ich hoffe jetzt, dass ich meine Leiche finde. Warte mal, wir sind da. So, ich hatte eben noch einen gewischt. Aber ich bin leider echt... Ich bin da auf 600 Meter. Ich sehe so gut wie gar nichts. Das ist ein Riesenproblem. Warte mal. Wo war das? Hä? Da liegt eine Chesson auf dem Dach und hüpft. Okay, ich habe soeben meine Leiche aus dem Augen verloren. So, ich bin auch falsch gefahren. Ey, warte mal. Da ist Dings, also muss ich da lang. Alles klar, da komme ich aber nicht hin, glaube ich. Das ist die richtige Richtung, glaube ich. Also, die Hügel sieht immer noch clear aus. Was? Ja. Das ist alles voller Bots? Also, von hier aus sehe ich keinen einzigen Bots. Das Einzige, was ich sehe, ist deine Leiche. Hier ist alles voller Bots? Ich sehe deine Leiche. Die sehe ich sogar sehr gut. Aber ich sehe keine einzige Bewegung dort. Ey, meine Leiche ist so gut getan, dass ich echt keine Ahnung habe, wo die liegt. Ach, da ist sie. Oder? Doch, da. Gelbe Kette. Ach, dieses... Ey, die Steuerung legt mich teilweise wirklich sehr auf. Hier ist ein Fahrrad, da liegt jemand neben seinem Fahrrad. Ja, das bin ich. Ach du. Ja, ich loote hier gerade mal. Was ist deine Leiche, die da liegt? Ja. Da bist du ja ganz in meiner Nähe. Von wegen 600 Meter. Äh, 400 Meter dran. Das waren ja 400 Meter bis zur Base. Bis zum Mischung. Bisschen da runter. Knapp 400 Meter. Ja, ja. Wer hat dich da abgeknallt? Ja, irgendwer. Unter unseren Bots. Jetzt habe ich welche am Fuß des Hügels gesehen. Aber die sind hinter dem Gebüsch verschwunden. Da kommt wieder ein Scheiß-Zombie. Da ist zu viel Gebüsch. Da kann ich nicht wirklich sehen. Ich bin bei meiner Leiche. Aber hier ist noch ein Bot. Das war die Tastatur, oder? Oh, hier sind Hochstand, Hochsitz oder wie das Ding heißt. Wo ist jetzt mein Night Vision hin? Ach, ist noch eine Leiche drin. Ich sehe keinen Bot auf dem Hügel. Direkt, guck mal, da wo meine Leiche ist. Direkt da. Direkt da, wo an meiner Leiche ist. Ich lege ihn gerade unter einem Baum. Ich lege unter einem Baum. Ach, das ist so. Okay, gut. Ich schaue Richtung Hügel. Wackel mal kurz. Seh mich. Oder bist du nicht? Ein bisschen weiter rum sind noch mehr Bots. Da unten. Ich sehe, ich habe so ein bescheuertes Sichtfeld. Keine Ahnung. Ich sehe nicht. Ey, und das ruckelt. Und das ruckelt. Weil ich nur ranzoome. Also das Schießstand ist echt mies. Da kann ich nur im Stehen schießen. Im Knie schieße ich an die Bretter. Ah, ich habe ihn. So, einen habe ich am Fuß des Hügels. Okay. Ich wurde getroffen. Und? Weiß ich nicht. Ich habe nur einen Knall gehört. Aber da ich nicht weiter beschossen werde, nehme ich an. Es war eine KI. Den Spieler hätten jetzt durch Holz geschossen. Aha, ich sehe von wo? Von, ja, da hinten halt, ne? Das ist gut von da hinten halt. Scheiße, ich habe Schmerzen. Penkele schlucken. Ah, da hinten sind welche. Hopp. Lichte ich die noch im Liegen? Oh, natürlich im Liegen sehe ich sie nicht mehr. Weißt du, ist der jetzt tot oder liegt der da nur? Ah, da liegt ein Toter. Also ich habe mittlerweile echt ein Paar mit meiner M9 abgeknallt, ne? Also. Aber das Ding ist ja zielgenau wie, ähm, ja. Wie, gar nicht? Ja. Verdammt, ich habe echt langsam Hunger und Durst. Und Bluten tue ich auch gerade wie Sau. Ne, gar nicht wie Sau. Überhaupt nicht eigentlich. Aber das Blut kommt mir aus dem Ellenbogen raus. So, ich versuche jetzt mal den Hügel zu sichern. Aber es wird auch langsam dunkel. Ja, ich müsste jetzt auch langsam mal Schluss machen. Brauchst du Bandage? Nein, 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 nein. Ich habe ja nur die Blutanimationen, aber ich blute hier nicht. Da rennt noch ein Bot. Weißt du, wo sieht er den denn? Oh. Da hinten schießt er hin. Ach, da rennt einer. Jetzt habe ich aus den Augen verloren, weil ich nachladen musste. Hast du ihn? Na, ich habe weiter Bäume und wischen. Jetzt ist der Zombie. Ja, das war den, ja. Zombie bei dir. Wo? Jetzt nicht mehr da. Oh, der kam gerade plötzlich direkt neben mir. Hast du den erwischt da hinten? Ich weiß es nicht. Es sind Bäume im Weg gewesen. Ich habe nur gesehen, wo sich hingeschmissen hat. Dann habe ich drauf geschossen und dann kam der Zombie. Ne, er läuft, er läuft. Ich sehe den nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn wieder am Raum. Er ist tot. Sehr gut, weiter. Da haben die echt scheiße gebaut, dass die auf den Hügel waren und auf uns geschossen haben. Die hätten die Bots abknallen sollen. Ey, komm, das sind PvPler. Was denken die denn? Was denkst du denn? Die haben da Spaß gehabt. Tony und PvPler. So siehst du am Hügel noch irgendwo einen? Nein. Ich auch nicht. Ah, da unten, da unten läuft auch einer. Wo ist er? Zwischen den Bäumen, da hat sich einer hingelegt. Da sind noch mehrere, da in den Bäumen. Da läuft er. Ich sehe sie, ja.